Die Taliban feiern. Drei Jahre sind sie wieder an der Macht. Die Situation ist gut und die Menschen zufrieden. Auch die Sicherheit im ganzen Land ist gewährleistet. Währenddessen hungert die Bevölkerung. Wir haben momentan nichts zu essen. Geben Sie uns Essen, Mehl, Reis, Öl, bis wir aus dieser Situation herauskommen. Hilfsorganisationen müssen ihre Arbeit einschränken. Wir mussten zehn Millionen Menschen von unserer Liste der dringend benötigten Hilfe streichen. Afghanistan versinkt in Armut. Das Land ist sicherer, aber das Leid der Menschen so groß wie nie. Alltag in Kabul. Volle Straßen, geschäftiges Treiben auf den Märkten. Doch diese scheinbare Normalität trügt. Das Leid ist überall. Bettelnde Kinder und Frauen. Männer, die vergeblich auf Arbeit warten. Mutter Anjila Ahmadi ist Witwe. Sie hat sieben Kinder, fünf Töchter und zwei Söhne. Sie leben zusammen in einem einzigen Raum. Wir sind arm und unterdrückt. Unsere Kinder müssen entweder um Geld betteln oder finden Arbeit, um es zu verdienen, damit wir unseren Hunger stillen können. Unsere Situation ist sehr schlecht. Knapp 24 Millionen Afghanen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sechs Millionen Menschen stehen am Rande einer Hungersnot. Das Hauptproblem, es gibt keine Jobs. Viele Unternehmen mussten mit der Machtergreifung der Taliban schließen, die Wirtschaft lahmt. Frauen dürfen kaum arbeiten. Anjila ist zur Arbeitslosigkeit gezwungen, wie Millionen weiterer Afghaninnen. So will es das Regime. Ich habe keine Arbeit. Wenn ich eine Lehrerin sein oder mich weiterbilden könnte, könnte ich meine Familie ernähren. Vier der Kinder helfen ab und zu in einer Schneiderei aus. Im besten Fall macht das 60 Euro im Monat. Für acht Personen. Ein ähnliches Schicksal teilt auch Familie Khan. Sitzen und warten, das machen sie hier jeden Tag. Warten auf Arbeit, auf Hilfe, auf eine bessere Zukunft. Wir sind neun Personen hier. Ich habe sieben Kinder. Ich bin der Einzige, der arbeiten kann. Wenn ich Geld habe, kaufe ich ein Kilo Reis oder etwas anderes, das wir kochen und essen können. Wenn ich kein Geld habe, dann können wir nur da sitzen und auf Gott hoffen. Vater Mersa hat bei einer Explosion sein Bein verloren. Arbeit gibt es für ihn nur selten. Keines meiner Kinder geht zur Schule. Unser Strom ist abgeschaltet. Ich konnte die Rechnungen für Strom und Wasser nicht zahlen. Ohne die Hilfen des World Food Program würden Familien wie seine kaum überleben. Schlange stehen für einen Sack mehr. Nach der Machtergreifung der Taliban haben sie fast täglich solche Lebensmittelausgaben organisiert. Wir helfen den Familien mit Geld oder Lebensmittelspenden, um sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Doch diese lebenswichtige Hilfe stockt seit Monaten. Aufgrund der extremen Kürzung des Budgets im Jahr 2023 mussten wir zehn Millionen Menschen von unserer Liste der dringend benötigten Hilfe streichen. Sie müssten nun unterscheiden zwischen denen, die Hunger leiden und denen, die extremen Hunger leiden. Für mehr reiche das Geld nicht aus. Das merkt auch Familie Kahn. Die Mehlsäcke und Ölkanister sind schon lange leer. Wir haben momentan nichts zu essen. Einige unserer Kinder haben nichts zum Anziehen und keine richtigen Schuhe. Und auch Familie Ahmadi braucht dringend Hilfe. Nassanin ist 25, darf keine Uni besuchen, keinen Beruf erlernen, sieht keinen Sinn darin, Träume zu haben. Geben Sie uns Essen, Mehl, Reis, Öl, bis wir aus dieser Situation herauskommen. Wir haben keine anderen Erwartungen und Wünsche. Die Taliban feiern drei Jahre Herrschaft. Demonstrieren ihre Macht, geben sich als starke Regierung. Das Leid im Land sei nicht ihr Verschulden, sondern ein Erbe der Vergangenheit, sagt der Taliban-Sprecher im ZDF-Interview. Ihre Erwartung, mehr Unterstützung auch aus Deutschland. Das Islamische Emirat Afghanistan möchte Beziehungen zu allen westlichen und europäischen Ländern, insbesondere zu Deutschland, mit dem wir eine historische Beziehung haben. Die Hoffnung und Bitte ist, dass Deutschland den Afghanen humanitäre Hilfe leistet. Das Ziel der Taliban sei, das Land wieder aufzubauen, so der Taliban-Sprecher. Wir sind stolz darauf, dass wir nach diesem Kampf und diesen Opfern ein Ergebnis erzielt haben. Unser Ziel bestand darin, Afghanistan Sicherheit zu bringen. Dass das Land jetzt sicher sei, sagen auch viele Afghanen, so wie Familie Khan. Aber diese Sicherheit stillt nicht ihren Hunger. Wir sind mit der Regierung sehr zufrieden, aber sie sollte sich um die Menschen kümmern. Man merkt ihnen an, wie erschöpft sie sind. Feststecken in einem Leid, das sie nicht verursacht haben und aus dem sie nicht herauskommen.